Hallo Leute, ich habe ja gesagt, ich baue mir mal so einen Motorzahn, einmal weil, also ich gehe jetzt heute mal ein bisschen mehr auf den Motor ein oder halt auf das ganze Zeug und zwar, einmal weil ich mag Motoren, ich mag die Technik und alles drum und dran, also in echt jetzt die Technik und ich habe mal gedacht, das würde ein bisschen zu mir passen und als Dekoteil perfekt bei mir für die Bude, deswegen habe ich mir einen V8 Motor gekauft. Den möchte ich jetzt mit euch zusammenbauen und alles, ich werde mir meinen Käffchen holen, eigentlich wollte ich heute meinen Geburtstag Stream nachholen, aber mein Internet ist tot und ich habe meinen Mutter angerufen, dass das Internet auch tot und hier ist eine Katze, die werdet ihr heute bestimmt öfter sehen, weil die immer überall dabei sein muss. Den werden wir heute zusammenbauen, ich habe meinen Werkzeugkoffer da drüben gestellt, weil hier ist es nicht so, da habe ich nicht so viel Platz für alles und ich habe mir gedacht, wir werden hier auf jeden Fall das hier aufnehmen, weil hier ist Licht und wenn ich es dann mal nicht zu Ende schaffe, weiß ich nicht warum. Ist auf jeden Fall besser, weil dann stört es hier nicht so und hier ist auf jeden Fall schön ans Licht, weil ich habe da oben eine neue Lampe, die alte habe ich kaputt gemacht, jetzt muss das Glas runtergefallen, dass ich sauber gemacht habe, die schöne LED-Lampe. So, und eine flauschige Katze, und eine flauschige Katze wird heute auch öfter dabei sein. Ihr seid schon auch auf dem neuen Ständer da drauf, also hallo ihr auf dem Ständer. Jetzt sagt Katze, es ist doch mal gut. Jetzt hab ich schon wieder über Katzenhaare. Ja, es ist gut. So, den bauen wir jetzt da zusammen und alles, ich mache mir noch einen Kaffee, dann geht es auch schon los, würde ich sagen und ja, bis gleich. So, ich würde sagen, wir machen das Klingel jetzt erstmal auf. Da ist einmal Klebeband. Und gucken mal, was hinter drin ist. Hallo? Wie gehe ich es denn drauf? Hä? Da ist nochmal Klebeband. Da soll ich immer auch nochmal Klebeband sein. So, machen wir mal. Was ist das? Machen wir erstmal alles aus. Das ist der Ständer, wo die Batterien rein sollen. Schätze ich. Da kommen Batterien drin, da ist ein Lautsprecher drin. Ich weiß nicht, wie gut ihr da sehen, da ist ein Lautsprecher drin. Und da ist das für die Ölwanne. Ölwanne, weil unten vom Motor. So. Das noch. Äh, was ist das? Was haben wir denn da? Da ist noch ein bisschen Zeug. Ich glaube, so hässet ihr das besser. Noch ein bisschen Zeug und nochmal ein bisschen Zeug. Ja gut, das ist der Block. Ich glaube, das kann... Wo geht es denn hier? Ich glaube, das ist auch hier. Das ist auf jeden Fall der Motorblock. Man sieht die Zylinderchen. Ich weiß nicht, wie gut ihr das seht. Zylinder, 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 Zylinder. Weil das Licht doch sehr hell ist und ich es nicht dimmen kann. Äh, wird das die Vorderseite sein. So wie es ausschaut. Das vorne sein. Was haben wir denn da im nächsten Paket schon drin? Ich habe gleich zwei genommen. Die machen wir auf. Weiß noch nicht wo. Jetzt habe ich es gefunden. So. Das ist vorne Riemenabdeckung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, was das ist, so unten weiß. Also, das ist Riemenabdeckung. Das weiß ich gerade noch nicht und das noch nicht. Äh, das werde ich heute sehen. Das werde ich raus senden. Dann haben wir hier, ah, Kipphäbel und Lagerschalen und so Zeug sind da drin. Das ist klar, das sehe ich auf den ersten Blick. Oder werden wir viel, viel, viel mit der Feine machen. Das erinnert mich an früher. Ich weiß nicht, ich habe es euch schon mal in dem Video gezeigt. Äh, das erinnert mich an früher. Früher, früher habe ich auf der Eisenbahn gemacht. Und von Märklin waren die Dinger auch immer so, wenn irgendwas zum Zammkleben war und sowas. War das auch immer so. So, das ist, das Zeug. Okay. Da machen wir jetzt erstmal den da auf. Und da weiß ich auf jeden Fall, was das ist. Da haben wir einmal die Steuerkette. Oder Steuerriemen. Steuerriemen. Und was könnte das sein? Ich weiß es gerade nicht. Da haben wir auch noch Zeug. Und eine Katze, die hier überrumschleicht und hier ist auch das Messer. Das ist immer wieder witzig. Was ist das? Ah, das ist der Kopf. Da, von hinten und von vorne. Das sind die Köpfe für oben. Wo der Kolben dann hier läuft. Abgas, Eingas, Einlassventil und Zündkerze. Ich weiß natürlich nicht, wie. Originalgetreu das ist, aber angeblich soll es sehr originalgetreu sein. Hier haben wir noch mehr Pfeile, das wird langsam viel. Ah, hier sind die Kolben drin und die Pläuen. Folgen, Pläuen. Kolben, Pläuen und, äh, könnten das die Ventile sein? Ja, das sind die Nocken, denke ich, oder? Also, Kolben, Pläuen, also eine Seite von einem Kolben, andere Seite von einem Kolben. Ich denke, das sind die Nocken. Ist halt so, so, so irgendwie doof zu erinnern. So, dann haben wir die andere Seite. Da haben wir Ventile. Hier sind Ventile. Ventilschaft. Nochmal Ding. So wie es ausschaut. Auch von der, noch ein Welle. Die, okay. Da haben wir ein bisschen was. Okay. Das ist ein bisschen. Also hier haben wir immer die Ventile und, äh, die verschiedenen Scheiben. Das ist halt die verschiedenen Zahnräder für, äh, die Steuerkette. Und, noch mehr Ventile. Hier. Da. Das müssten, keine Ahnung. Schaut aus wie Ventile. Das auch. Okay. Gut. Ich werde sehr viel feiern müssen, das weiß ich jetzt schon. Dann fangen wir mal mit dem da. Das ist auch mal ein ziemlich großes Teil. Ah, das sind die, ist der Deckel. Der Deckel und der andere Teil von der Ventile, so wie wir hier kommen. Also bei den beiden meistens, das kommt dann oben drauf, so. Flop. Hopp. So rum. Oder ne, so. Und dann da. Ah, okay. Gut. Dann haben wir das auch schon. Äh, das ist ja das. Machen wir das Päckchen auf. Dann haben wir es gleich. Hier sind sehr, 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 sehr viele Schrauben drauf. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Und Dichtungen, so wie es ausschaut, sollen das Dichtungen sein. Dann haben wir hier einmal die Kurbelwelle. Die Kurbelwelle, die haben wir. Wir haben irgendwelche kleinen Böppelchen, schwarze. Ich glaube, dass ich gerade nicht weiß, wo wir die da sind. Und jetzt auch kein Motor. Mega-Motor-Checker. Wir haben hier zwei Metallstangen mit Federn. Wir haben hier einen V8-Engine-Aufkleber. Den können wir rechnen. Wir haben hier zwei Metallstangen ohne Federn. Ganz viele Schrauben. Und noch ein Zahnrädchen weißes. Und nochmal so ein Stöpfelchen. Ich denke, das sollen die Dichtungen darstellen. Die Zellulner-Dichtungen. Behaupte ich jetzt mal, dass das die darstellen sollen. Ich werde so weit, wie es geht, nach Anleitung vorgehen, schätze ich einmal. Und jetzt haben wir auch schon das letzte Päckchen. Wo ein Schraubenzieher dabei ist, den werde ich nicht nehmen, weil dann nehme ich lieber meinen eigenen. Da haben wir einen Hut dabei. Ich habe keine Ahnung, wo das hin soll, muss ich auch ehrlich sagen. Wir haben auf jeden Fall das Lüfterrad dabei. Wir haben... Ich glaube, das kommt unten irgendwo noch hin. Wo die Kabelchen und alle rumlaufen. Wir haben hier den... Also hier haben wir nochmal eine kleine Zahnräde. Der schätze ich wird nicht für den Motor sein. Der ist eher für hier unten. Oder um es dann hochzutreiben. Ich schaue ziemlich... Nee, der ist nicht für den Motor. Und der ist wirklich... Weil hier ist der mit dem Zahnriemen. Nein, das ist nicht der. Doch, der. Der dreht sich auf jeden Fall, weil der hat einen Stromanschluss. Ja, der ist auch zu groß. Jetzt kommt da noch was anderes drauf, was ich gerade nicht im Blick habe. So, dann haben wir Kabelchen. Diese Kabelchen... Da dreht sich auf jeden Fall auch was. Diese Kabelchen sollen die Zündkerzen dann darstellen. Die dann leuchten. Da sind LEDs drin und die haben dringend Strom. Ich schätze ich von da unten, wo ich den Anschluss nicht gefunden hatte. Vorhin. Was ist denn der? Ach da. Genau, die werden dann hier reingesteckt. Klopp. Alle beide und die kriegen dann den Strom von da unten. Von der Platte da. Aber der soll sich ja dann drehen und leuchten und alles. So passt's. Und ich würde sagen, wir lesen mal... Ich gucke mir mal schnell die Anleitung an, wie genau die ist. Ist hier überhaupt eine Anleitung? Ne, hier ist die Parzelliste, die Teileliste. Ja, das ist die Teileliste. Die ist sehr knickig. Step 1. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen nach der Anleitung vor. Weil dann lässt sich das alles auch nach und nach. Und zum Schluss habe ich nur Teile übrig. Ich kenne mich nämlich. Ich habe immer Teile übrig. So, ich räume jetzt mal schnell ein bisschen alles weg, damit wir hier ein bisschen machen können. Und dann feile ich mal. Das werde ich euch alle ein bisschen beschleunigen. Hust, hust. Das werde ich mal alles einen Ticken beschleunigen. Ach, jetzt weiß ich, was ist das? Das sind die... Ich weiß jetzt, wenn ich das heiße, aber mit Kolben befestigt. Das sind die Dinger. Ah, okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut, Räum schneide ein bisschen auf. Und da rauchen wir schon. Eigentlich habe ich es mir nicht da hinstellt. Ich möchte es nicht in dem Video wenig rauchen. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie ich es schneiden werde. Ich weiß nicht, wie ich sonst was mache. Ihr kennt mich. Ich habe da immer relativ plan. Ich mache das einfach. Daher, vielleicht mache ich zwei Videos drauf. Für den, der es interessiert, ihr könnt es gucken. Für den, der es nicht interessiert, schaut es was anders von mir. Oder an sich schaut es was anders. Ich werde jetzt erstmal in Highspeed feilen alles. Erstmal die Teile vorbereiten, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da hier überall ein bisschen wegfeilen müssen. Und ich muss sehr auf meine Katze aufpassen, denke ich, weil sonst habe ich ein Problem. Und ich würde sagen, wir machen weiter. So, ich würde mal sagen, wir legen jetzt los mit Pfeilen. Ich würde einfach sagen, wir fangen mal an den großen Teilen an und dann gehen wir mal kleiner. Und dann sortiere ich mir das da an der Seite mal. Weil so doof bin ich nicht. Ich kenne mich ein bisschen in Sachen Motoren aus. Nicht so extrem wie andere vielleicht. Ein bisschen halt. Und ich würde sagen, wir legen los. Da brauche ich aber noch was anderes. Und keine Sorge, ich schneide das jetzt nicht alles rein. Ich werde das jetzt schön offscreen, also ohne Aufnahme, mache alles nach und nach. Auch ein bisschen vorarbeiten und machen. Also bis gleich. Wir sehen uns, wenn das alles fertig ist. Bin ich nochmal kurz beim Pfeilen. Und zwar gebe ich euch mal schon einen Tipp. Vielleicht, wenn ihr auch sowas auch mal macht. Ich zwick das erstmal hier so ein bisschen ab. So, jetzt ist es dann natürlich noch so ein Fitzelchen. Auch wenn du es wegbrichst. Also ich mache das immer erst mit dem Messer so ein bisschen weg. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht schneidet. So, ein bisschen mit dem Messer ganz vorsichtig. Weil wir wollen uns ja nicht schneiden. So, ein bisschen weg. Damit es relativ gut passt. Dann ist immer noch ein kleines Kantchen da. Pfeile ich das ein bisschen ab. Ich weiß, meine Pfeile sind ein bisschen zu groß. Aber ich habe gerade nichts anderes drauf. So. Dafür geht es relativ schnell. Da brauche ich ein bisschen mehr. Und jetzt hast du ja überall die Kunststofffusseln. Hast du ja überall die Kunststofffusseln und alles. Und ein bisschen, dass es ja an der Stelle ein bisschen matt ist. Einfach mit dem Feuerzeug ein bisschen. Die ganzen Fusseln verbrennen dann. Natürlich schwingst es ein bisschen. Aber nicht zu lange mit dem Feuerzeug drüber. Weil sonst schmilzt das Plastik. Das restliche Zeug auch noch. So ein bisschen drüber. Und schon schaut es relativ gut aus. Ich finde es besser, als wenn du die Puzzeln drauf hast. Oder es ist so ein Überbleibsel. Also du machst das ganz extrem genau. Mit einer ganz feinen Feile noch und alles. So. Und schon sieht man eigentlich kaum noch was davon. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie ihr das seht. Dann muss ich noch ein bisschen drüber. So. Und schon sieht man kaum noch was. Aber nicht zu lange drüber bleiben, weil sonst schmilzt das Plastik drumherum. Und man sieht eigentlich keine matte Stelle mehr. Man sieht nichts mehr. Oder halt fast nichts mehr. Da muss ich auch noch ein bisschen drüber. Und wenn man zu lange mit Feuerzeug drüber ist, dann verformt sich das Plastik. Und das wollen wir ja nicht. Aber die Fusseln und alles, was da noch so ein bisschen dran sind, vom Pfeilen, kriegt man so ganz gut weg. So. Wunderbar. Das war es eigentlich schon. Ich mache jetzt noch ein wenig weiter. Das große Zeug habe ich im Grunde schon fast alles. Jetzt kommt eigentlich das Kleinkram. So. Das sind wir wieder. Ich habe jetzt nicht jedes kleinste Teil abgeschnitten, weil ich bin nicht gut mit kleinen Kram. Aber, ich habe schon das erste gesehen, was wir zusammenbauen müssen. Ich habe gerade eben schon. Wir brauchen Kolben. Wir brauchen die Pläume. Und ich würde sagen, diese Stangen drin. Wüssten die sein. Jo. Sollte passen. So. Die Stange rein. Die Kolben rein. Die Stange in den Kolben. Tippttt. Zack. Und die andere Seite vom Kolben drauf. Zack. Und schon haben wir es. Ich weiß nicht, wie das heißt. Da steht drin Connection Rod. Ich weiß, bei einem echten Kolben ist es da an der Seite drin. Also Schiebmasse von... Eigentlich, der Kolben ist ja normalerweise schon so zusammengebaut. Ich möchte es dann zusammenstecken. Dann tippt man die in die Seite rein. Ich bin jetzt aber auch nicht der Mega-Checker in Sachen Auto oder in Sachen Motor. Und zerlegen und blablabla. Daher... Vertraut nicht hundertprozentig auf meinen Worten. So. Weil wir bauen jetzt halt hier im Grunde Kolben mit Pläume alles zusammen. Danach schon mal es auf die Kurbelwelle bauen. Das habe ich schon gesehen. Das geht ja ganz schön schwer. Warum geht der nicht so schön zusammen? Der mag nicht so. Warum mag der nicht so? Nur auf der anderen Seite. Eigentlich hat man ja da noch die Kolbenringe mit drin. Da hast du... Ich glaube, es müssten zwei Kompressionsringe sein. Die man ein bisschen verdrehen muss. Zueinander. Weil die sind ja... Nicht komplett ringsrum geschlossen. Die müssen ein bisschen verdreht zueinander sein. Und unten den Ölabstrafterring, wenn ich nicht denke. Oder Ölabstreifring. Der das Öl wieder mit runter zieht. Viele Motoren haben ja Kolbenbodenkühlung und alles drum und dran. Und dann ist natürlich der Öl, wenn du das nicht wieder mit runter ziehst, wenn sich der Kolben runter bewegt. Dann hast du ja das Problem, dass sehr viel Öl in den Verbrennungstrakt geraten könnte. Also mit verbrannt wird. Und das ist natürlich blöd dann. Deswegen hat man die Ringe da auch mit rum. Also den Abstreifring und dann die zwei Kompressionsringe hast du. Oder halt die zwei Kompressionsringe hast du, dass die Explosion, die oben ja, oben beim Kolben passiert, nicht runter geht in die Ölwanne, dass die oben bleibt. Weil das könnte ja rein theoretisch am Kolben vorbei flutschen. Ich kann euch leider sowas nicht in echt zeigen. Weil ich zeigte meinen Motor nicht wirklich. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir die Lage. Und die Kolben und Schrauben ab sofort. Jetzt kommt die hier, aber ich würde sagen, da kommt die Schraub. Oh Gott, was soll ich denn das machen? So, wie soll ich denn das machen? Und die Schraubchen sind auch mega klein. Eieieiei, eieiei, eieiei. Werdet ihr hier schon ein bisschen reingeschraubt? Ja, ich werde hier schon ein bisschen reingeschraubt. Ich nehme da gerne meinen Schraubenzieher, statt den, der mitgeliefert ist. Weil meiner ist auf jeden Fall magnetisch. Dann geht es ein bisschen einfacher. Und ich zitter, wie Hölle, hey. So. Und das sieht man dann auch gleich. Jetzt habe ich schon den ersten Kolben fest. Ich glaube, ohne Kolben hätte ich es euch ein bisschen schöner zeigen können. Warte, ich schaue mal, ob ich es gleich kann. Und zwar, hier sieht man eine Kurbelwelle. Zumindest an der hier jetzt, da gibt es bestimmt...